Hallo und herzlich willkommen zurück zu TheProPlace Don't Starve. Ja, hier habe ich meinen Heidstein, ja, aber der ist nicht aufgeheizt, äh, ungut. So, ich wollte holz hacken gehen, das habe ich mir gemerkt, das weiß ich noch. Und der Winter ist gerade verdammt laut. Oh, ich bilde mir das nur ein, okay. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich jetzt hier ein bisschen holz hacken kann, ähm, bevor ich irgendwie sterbe oder so, keine Ahnung. Machen wir doch einfach mal. Ein wütender Baum im Winter wäre unschön, aber meine Güte, falls einer kommt, dann muss ich ihn wohl bekämpfen. Ach ja, ich habe vergessen, Killerbienen sind, äh, Auto, sind Autoböse. Dann ziehen wir uns mal Rüstsachen an und machen die schnell. Ja. Mein Heidstein hält nicht mehr allzu lange, das ist ein bisschen ärgerlich, aber wir hacken einfach Holz. Ähm, wir brauchen nämlich bald was zum Heizen. Und, ähm, früher dachte ich immer, dass es nicht effektiv wäre, kleine Bäume abzuhacken. Ähm, es ist, glaube ich, trotzdem besser, große Bäume zu hacken, aber kleine Bäume sind nicht so schlecht, wie ich immer angenommen habe, abzuhacken. Also, wenn man große Bäume hackt, bekommt man halt, äh, gleich, ich glaube, drei oder vier Holz und dann, ähm, ist das alles ein bisschen schneller. Wenn man kleine Bäume hackt, braucht man halt weniger Schwünge. Und dafür, deswegen ist es nicht das schlechteste, kleine Bäume abzufällen. Deswegen mache ich das einfach mal. Und, ach so, wenn man große Bäume fällt, bekommt man auch mehr Pinecoons, glaube ich. Deswegen sollte man wohl eher große Bäume fällen, damit man sich wieder neue Bäume nachdenken kann. Ähm, ich werde gleich Schaden nehmen. Man sieht das schon, ähm, ich habe, ich atme schon so blau aus, das heißt, ich werde, äh, gleich Kälteschaden nehmen. Aber, das nehme ich jetzt gerade mal in Kauf, bis ich so in mein Lager zurückgehen werde. Und ich habe gehört, dass das, ähm, seit, seit neuestem, im normalen Modus, tatsächlich, ähm, wenn man die neue Welt generiert, dass man da, äh, Dinge finden kann, ganz viele, also irgendwie, ähm, ja, zum Beispiel einfach Waffen, Hüte, Ausrüstungsgegenstände und auch Fallen und so weiter. Und, ähm, das finde ich ein bisschen schade, dass ich das dann nicht mehr bekommen werde, weil ich eben diese Welt hier noch weiterspielen will. Ein bisschen ärgerlich immer. Ähm, wir könnten ihn eigentlich töten, aber das will ich gerade nicht. Können wir das eigentlich hier so durch dieses Ding ausholen, können wir? Hm. Ich frage mich, warum er da nicht rauskommt, wenn wir da reindingsen können. Also reingreifen. Alles ein bisschen seltsam. Ähm, und, äh, ich muss sagen, ich wurde ja noch nicht, ähm, besucht im Winter. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder schlecht finden soll. Ich fände es mal ganz cool, wenn ich, ähm, eben von MacTusk & Sun besucht werden würde. Das ist auch schon wieder ganz komisch gewesen. Also gerade war es, äh, noch nicht so dunkel. Ja, wir gehen nochmal mit dem Heatstone raus und ein paar Bäume hacken und schauen mal, was passiert. Oh, ich dachte gerade, der Baum hier wird wütend. Ich dachte es gerade wirklich. Das wäre echt doof gewesen. Ah. Aber scheinbar ist es nicht so. Ist ja auch nicht das Verkehrteste. Der Baum hier sieht seltsam aus. Aber es liegt wahrscheinlich am Schnee. Okay, es reicht erst mal. Ach ja, wir können übrigens auch mit Pilzen kochen. Aber mit einem alleine, das wird wohl nicht ganz reichen. Mein Sanity ist halt immer noch ultra niedrig, obwohl ich, äh, quasi 24-7 den Blumenhut benutzt habe. Finde ich ein bisschen, naja, unschön. Ähm, wenn man mit Brettern heizt, das bringt, glaube ich, sehr viel, ja. Das bringt mehr, als, ähm, früher mal die Seile gebracht haben, wenn mich nicht alles täuscht. Von daher ist mit Brettern heizen eigentlich ganz gut. Ja, irgendwie ein bisschen doof. Ich würde gerne ein bisschen erkunden gehen und so weiter. Aber weil hier halt gerade Winter ist, kann ich das nicht machen. Ähm, falls ihr Tipps habt, was man denn im Winter so großartig machen kann, außer in seinem Lager törteln und hoffen, dass man irgendwie überlebt, dann könnt ihr das mal sehr gerne in die Kommentare schreiben. Also, was ihr dann im Winter macht, wenn ihr, äh, ja, wenn einfach mal Winter ist und ihr nicht rausgehen wollt, weil ihr dann, äh, sterben könntet. Naja, kochen wir einfach mal ein paar Hasen. Töten wir erstmal ein paar Hasen und kochen ein paar Hasen. Das hat sich ja bisher eigentlich ganz gut bewährt. Und was mir auch aufgefallen ist, bisher hatten wir noch keinen Besuch von den Hunden. Ähm, was ich eigentlich erwartet hätte, dass sie relativ bald mal vorbeischauen, aber so gar nicht. Ja, hm. Ähm, der Winter ist schon ziemlich trist und öde. Ach so, hier, die Felder, die könnte ich vielleicht mal... Das ist eigentlich eine gute Idee, was ich mal machen könnte. Das kann ich auch in der Nacht machen. Okay, es geht nicht mehr. Cool, das haben sie auch rausgefixt oder nicht cool. Ähm, früher konnte man Felder, wenn die, ähm... Also, man konnte die Sachen, die man noch angebaut hat, konnte man hochzüchten und dann noch ernten. Das haben sie wohl auch rausgefixt. War wohl ein Bug. Und mein Heatstone war gerade komplett rot. Hm. Ja, ich könnte noch mal die Fallen checken gehen. Aber irgendwie, also falls ihr irgendwie wisst, was man denn im Winter machen kann, außer in seiner Basis zu turteln, ähm, dann schreibt doch mal ganz gerne in die Kommentare rein. Ich weiß echt nicht. Also gerade momentan ist es so, wenn ich rausgehe aus meiner Basis, ähm, da muss ich halt alle zwei Zentimeter irgendwie ein Feuer machen. Weiß ich nicht. Also finde ich nicht so spannend vom Gameplay her auch. Und jetzt schneit es auch noch. Ähm, ich frage mich, ob der Schnee auch einen Effekt aufs Feuer hat, wie das, ähm... Wie das der Regen tut. Das weiß ich noch gar nicht. Ähm... Das würde mich auch mal interessieren. Ja, werfen wir noch mal den Heatstone hierher. Und ich werde wahrscheinlich gleich noch mal hier so ein Board-Ding nachlegen. Das scheint ja echt super effektiv jetzt zu sein. Ähm... Nimm mir auch mal das hier mit. Ähm, just in case. Das ist das Amulett, falls, ähm... Falls irgendwas Böses bald kommen wird. Das kann ja gut sein. Und es wundert mich gerade tatsächlich, dass es schneit. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt kälter ist, wenn es schneit oder nicht. Ähm... Ich habe gehört, dass der Bart, den man hat, tatsächlich auch dienen soll als Wärmeschutz. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich allerdings auch nicht. Das könnte auch irgendwie nur so eine... So eine Fake-Nachricht oder sowas gewesen sein. Das müsste man mal rausfinden. Ich bräuchte mal halt echt eine gute Methode, irgendwie an Sanity zu kommen. Allerdings sind Blumen nicht, ähm, verfügbar im Winter. Ähm... Sachen erforschen kann ich halt auch nicht, weil ich keine Sachen sammeln kann. Irgendwie ist das eine ziemlich ungute Situation. So allgemein. Und ich habe sogar schon den Blumenhut auf. Und, ähm, meine Sanity geht trotzdem runter wie nix. Und das wird sich in der nächsten Zeit wahrscheinlich auch nicht ändern. Irgendwie unschön. So, dann machen wir jetzt hier nochmal das Ding an. Ähm... Der Grund ist, damit der Heatstone, wie er rot wird. Also ich denke, dass so... Wer mal das Feuer ist, desto besser heizt sich das Teil auf. Macht ja auch Sinn. Alles andere wäre ja ziemlich doof. Ähm, damit wir dann gleich, wenn wieder Tag ist, losstarten können mit einem vollen Heatstone. Und dann werde ich mal versuchen, die Bienen da zu killen. Ähm... Und ich werde mal gucken, ob ich wieder hier Ressourcen sammeln kann. Äh, ich glaube zwar nicht, dass die im Winter nachwachsen, aber man kann es ja mal versuchen. Holz habe ich gerade genug. Essen werde ich auch erstmal die nächsten paar Tage genug haben. Deshalb, ja... Werden wir das mal machen. Die Bienen angreifen. Aber recht viel weiter... weiter raustraue ich mich nicht. Wir könnten vielleicht... Das könnte ich vielleicht versuchen, einen Büffel rauszuziehen. Ich weiß es nicht. Okay, es ist wieder Tag. Wir packen mal den Heatstone ein und los geht's. Und ich dachte gerade, dass es die Animation gewesen wäre, wenn ich friere. Aber es war wohl nicht so. Hm. Aber sonderlich warm angezogen bin ich nicht so. Hallo Bienen. Oh, sechs Stück. Ja, super. Eigentlich ist das eine ziemlich coole Sache, wenn man die Bienen nicht tötet und dann die im Winter rausholt. Also jetzt können wir halt die sechs Bienen hier quasi töten für Honig. Ähm, ouch. Ach so, die machen mir so viel Schaden. Oh, what the fuck. Ich habe vergessen auch, dass ich einen anderen Charakter wieder spiele. Also, das finde ich nah wie vorher vom Spiel nicht sonderlich nett, dass sie mir einfach das Save-File zerschossen haben. Der Unterschied zwischen Wilson ist, Wilson macht weniger Schaden auch und er hat weniger Leben und er nimmt auch mehr Schaden. Also er hat auch weniger Defense, glaube ich. Wenn er mich nicht alles täuscht, ist er einfach komplett schlechter als Wolfgang. Und deswegen, ja, bekomme ich jetzt hier auch so hart aufs Maul. Und ich habe halt einen Hit mehr gebraucht. Den hätte ich... Oh, das ist keine gute Idee. Den hätte ich halt nicht gebraucht, hätte ich nicht mit Dings gespielt. Ja, aber... Oh, das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte den Honig aufsammeln. Aber es hat nicht so wirklich geklappt. Und mein Heatstone ist noch gelb. Das heißt, es scheint tatsächlich, desto wärmer das Feuer ist, desto mehr bekommt man auf seinen Heatstone also Zeit, die er warm hält. Kommt mir zumindest so vor. Also wenn wir jetzt einen halben Tag quasi mit dem Heatstone überbrückt, ist eine gute Sache. Und, äh, ja, die Bienen angreifen, bin ich jetzt gerade kein großer Fan von. Aber ihr könnt immer die Hasenfallen checken. Dafür sorgen, dass wir den Winter einfach überleben und dann, dass es im Sommer dann wieder richtig los geht erst mal. Weißt du was, die dumme Biene? Tim, nimm das! Nimm das! Ach, schön! Da werden gerade ganz viele Hasen gefangen, von den Hasenfallen, das hört man ja immer. und ich werde mal die Hasenfallen, äh, ja eher nach oben verteilen. Also wir können ja auch mehrere Fallen um ein Loch rummauen. Ja, dann war der Tag hier mal wenigstens wieder ein bisschen erfolgreich. Und das ist ja echt cool. Also ich hätte nicht erwartet, dass ich mit dem Heatstone jetzt so lange auskommen werde, wie ich es dann im Endeffekt doch getan habe. Und wenn mich nicht alles täuscht, ach so, die muss man erst töten, dass man die kochen kann. Ja, gut, legen wir unseren Heatstone mal wieder hierher. Machen wir uns ein Brett. Damit wir es auch warm haben. So. Und dann töten wir drei Hasen. Ähm, ach so, wir hätten nur einen töten müssen. Für Honeyham reicht ja einer. Ähm, Honeyham heilt, glaube ich, auch die Sanity ein bisschen auf. Weiß ich gerade nicht hundertprozentig, aber ich bin mir eigentlich doch ziemlich sicher. Okay, den Speer brauchen wir gerade eh nicht. Das können wir mal essen. Das können wir mal essen. Und es wird schon wieder dunkel. Weiß ich nicht. Ich mag den Winter nicht. Ich werde wahrscheinlich niemals ein Fan vom Winter werden. Ähm. Eben weil man einfach, ich kann einfach irgendwie nichts machen. Ich kann jetzt nicht, äh, sagen, ich geh mal hier hinter erkunden. Ich kann jetzt nicht sagen, ich geh jetzt mal irgendwie, äh, mich mit Schweinen anlegen, mit Büffeln anlegen. Und so weiter. Und es gibt tatsächlich noch, äh, oh, oh. Ach so, ich glaube, das waren nur die Sanity-Dinger. Ja, ich habe gerade ein dickes Stück Sanity verloren. Ich habe nur noch 78. Oh ja, ich bin auch, äh, oh, oh, das ist nicht gut. Also ihr seht hier, der Hase, den wir hier haben, wenn ich den jetzt töte, dann wird der zu Shadow Fuel. Das können wir eigentlich ausnutzen gerade. Kann eh mal ein bisschen Shadow Fuel gebrauchen. Aber meine Sanity ist noch zu gut. Ah, ist gerade echt problematisch, weil meine Sanity die ganze Zeit runter geht und ich die nicht mehr hoch bekomme. Kann ich irgendetwas prototypen? Irgendetwas? Ist mir vollkommen wurscht was gerade. Hier kann ich nichts prototypen. Da haben wir nichts. Carpet Flurring. Ja, das können wir aber nur mit dem Shadow Manipulator prototypen. Woodwall, das könnten wir machen. Dann prototype ich jetzt mal eine Woodwall und eine Stonewall. Einfach nur, um die Sanity ein bisschen hochzukriegen gleich. Okay, Stonewall könnten wir machen. Woodwall war, was war denn die Holzwand? Das müssen wir gleich nochmal gucken. Äh, und zweimal Bretter. Das werde ich noch nicht jetzt machen. Ich werde mir jetzt erstmal ähm, Shadowfuel äh, Farmen quasi. Und Monster Meat und Barthaare. Ich hätte allerdings gerne mehr Shadowfuel. Aber wir haben ja noch genug Hasen gerade, deswegen ist das ganz... Ach man, gib mir doch mal bitte Shadowfuel. Nein. Äh. Oder Nightmarefuel. Oh man. Ich habe echt gerade super viel Pech, äh. Okay. Wie viel haben wir jetzt? Sechs. Wir brauchen zehn davon. Wie viel Hasen habe ich denn noch? Einen Haufen. Okay, ich kann das noch ein paar Mal öfter machen. Ich denke, wir könnten auch mit Monster Meat kochen. Ja, ich werde das weitermachen. Ich werde auf Risiko jetzt spielen. Ist mir Wurst. Ein Shadowfuel, zwei. Sehr gut. Ein paar brauchen wir noch. Ein paar brauchen wir noch. Ein paar noch. Ein paar noch. Ich will nicht noch mehr Monster Meat, bitte. Okay. Drei. Vier. Vier. Das müsste reichen, oder? Ja. Das reicht vorerst mal. So, und jetzt prototype ich mal die zwei Sachen, die ich prototypen kann. Die Woodwall. Und die Stonewall. Und ich konnte hier noch die Strawroll prototypen. Das weiß ich. Dafür muss ich ein Seil machen. Okay. Ach ja. Ist nicht schlafen. Füllt nicht schlafen die Sanity auch zum Teil auf. Ach, guck mal. Damit kann man auch heizen. Das ist mir gerade sehr recht. Ich versuche einfach mal ich schmeiß das mal jetzt hier hin. Das ganze Zeug, das ich momentan nicht brauche. Mein Lager ist schon wieder ein komplettes Chaos. Ich werde jetzt einfach mal schlafen und mal gucken, ob das meine Sanity wieder ein bisschen auffüllt. Also wir sind jetzt bei 117, 116, 149. Ach, sehr schön. Das hat meine Sanity sehr gut aufgefüllt. Ja gut, ich würde sagen, ich beende hier mal den Part. Glück gehabt, dass ich einfach random Zeug prototyped habe und mir dann die Idee kam, hey, die Store Roll hat doch mal Sanity aufgefüllt. Du hast es zwar noch nie gemacht, weil du es noch nie gebraucht hast, aber ja, so hat man sich nochmal aus der Not gerettet. Und was auch ziemlich cool ist, wir haben jetzt 10 Nightmare Fuel dadurch, dass wir gerade einfach insane geworden sind, quasi. was dann dazu führen wird, dass wir eventuell bald den Shadow Manage Palette bauen können. Wir haben schon den lila Gem, wir haben schon die 10 Nightmare Fuel, die wir dafür brauchen. Das einzige, was wir jetzt noch dafür brauchen, ist, einen Baum wütend zu machen. Und das werde ich dann einfach beim nächsten Mal nur Bäume fällen und hoffen, dass ein Baum wütend wird. Und dann müssen wir noch irgendwie den Baum tot bekommen. Und dann habe ich Tier 3 Tag, was ziemlich cool wäre. Damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.